Das Webmeet-Up Bodensee wird organisiert von der TYPO3-Usergroup Bodensee. Es ist ein regelmäßiges Treffen für Web-Worker aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Hier können wir uns zu Themen rund um die Web-Entwicklung austauschen. Wir treffen uns jeweils am zweiten Donnerstag eines Monats an fünf verschiedenen Locations rund um den See. Wenn dich irgendein Thema interessiert, dann frag einfach an. Meistens findet sich jemand, der etwas dazu sagen kann oder auch etwas zeigen kann. Wenn du gerne etwas selber vorstellen möchtest, gib uns einfach Bescheid. Alle wichtigen Infos zu unseren Treffen findet ihr auf der Website von meetup.com. Sucht ihr einfach nach Webmeet-Up Bodensee und meldet euch ganz kostenlos und unverbindlich für eines der kommenden Treffen an.